In Situationen wie dieser kommen oft Erinnerungen an meine Zeit in der Wüste auf. Da ich durch ein Zielfernrohr auf mein Ziel ziele, macht das wohl Sinn. Der Unterschied ist, dass ich jetzt nicht hinter einem Kriminellen oder einem Terroristen her bin. Um genau zu sein, bin ich hier der Schuldige. Ich bin auf der Jagd nach einem etwas übergewichtigen, glatzköpfigen Banker, der gerade das Feld eines seiner Untergebenen beackert. Wie ist er in mein Visier geraten? Ich habe das Recht, sein Leben auszulöschen, und das ist der Grund. Jemand hat einen Anschlag auf ihn verübt, aber ich weiß nicht wer. Mit Darkweb-Transaktionen und Kryptowährungen als Bezahlung. Weder die Zielperson noch ihre Geliebte stehen in irgendeiner Weise mit mir in Verbindung, und ich werde den Käufer des Auftrags nie treffen. Wenn die Behörden benachrichtigt werden, werde ich bereits verschwunden sein, und ich bin ziemlich geschickt darin, dafür zu sorgen, dass keine Beweise gefunden werden, die mich identifizieren könnten. Ich habe noch ein wenig länger durch mein Zielfernrohr geschaut. Ich betreibe keinen Voyeurismus, aber ich muss herausfinden, wo meine Schussmöglichkeit ist. Ich kann sie nicht erschießen, solange sie in flagranti sind, wie man so schön sagt. Aber wenn sie fertig sind, rollen sie sich normalerweise entweder auf das Bett oder stehen auf. Das ist für gewöhnlich mein Signal. Als ich den Raum durch das kleine Fenster abtastete, bemerkte ich, dass die einzigen anderen Personen im Raum das kopulierende Paar waren. Ihr Blick traf den Meinen. Sie war wirklich wertvoll. Laut Vertrag war ihr absolute Sicherheit garantiert. Nun, nicht in Bezug auf den Körper. Ich konnte nicht ahnen, welchen seelischen Tribut es für sie bedeuten würde, das Ego ihres Liebhabers auf dem Weg zur Toilette ausbrechen zu sehen. Ich blickte mich kurz um. Es hat keinen Sinn, sich so sehr auf sein Ziel zu konzentrieren, dass man sich selbst in Gefahr bringt. Ich habe keinen Aufklärer im Rücken. Da ich allein bin, muss ich dafür sorgen, dass mein Job sicher ist. Das ist richtig. Von der obersten Etage eines Gebäudes aus kann ich das Hotel des untreuen Paares auf der anderen Straßenseite sehen. Als ich zum Fernrohr zurückkehre, kann ich sehen, dass er fast fertig ist. Ich setze mich wieder hin und vergewissere mich, dass sich das Wetter nicht geändert hat. Und gerade als er seinen Rücken durchdrückt und seinen Höhepunkt herausschreit, lasse ich mich nieder. Er zittert dreimal, bevor er sich nicht mehr bewegt. Danach steigt er von ihr ab. Wie vorhergesagt, macht er sich auf den Weg zur Toilette. Ich lasse den Abzug los. Noch bevor sie anfängt zu schreien, bin ich schon auf dem Weg. Und ich werde meilenweit von den Polizisten entfernt sein, wenn sie kommen. Bevor ich nach Hause gehe, verstaue ich meine gesamte Ausrüstung in einem meiner vielen Schließfächer in der Stadt. Jedes Schließfach hat einen anderen Namen und wird in bar bezahlt. Wieder einmal frage ich mich, wie ich an diesen Punkt auf meinem Weg gekommen bin. Ich verstehe nicht, wie ich als Auftragskiller gelandet bin, der es hauptsächlich auf untreue Paare abgesehen hat. Das Schießen an sich ist gar nicht so schwer. Mit einem Gewehr konnte ich immer gut umgehen. Meine Vorliebe für Schusswaffen, vor allem für Gewehre, mit denen ich Schüsse abgeben konnte, die alle anderen verblüfften, begann, als ich ein kleiner Junge war und viel Zeit auf der Jagd auf dem Bauernhof verbrachte. Es fühlte sich fast automatisch an. Ich lernte viel über Flugbahnen, Windwiderstand, Ballistik und andere wissenschaftliche Konzepte, als ich mich bei den Marines meldete und später bei der Scharfschützen-Ausbildung. Alles, was ich wissen musste, wusste ich bereits. Selbst mit all ihren Berechnungen und Computern konnten viele Scharfschützen immer noch nicht mit meiner Augenmaßgenauigkeit mithalten. Es war, als wäre mir diese Fähigkeit schon immer in die Wiege gelegt worden. Ohne den Schatten eines Zweifels hätte ich bei den Marines Großes erreichen können. Doch ein Ereignis, das den Lauf meines Lebens unwiderruflich veränderte, führte dazu, dass ich mich auf das Betrügen von Ehepartnern spezialisierte. Ich wette, sie wussten es. Ein untreuer Partner. Während wir uns in einer Bar entspannten, lernten wir Gabrielle kennen, eine junge Frau französischer Herkunft mit kurzen dunklen Haaren. Ihre lebhafte Persönlichkeit und ihre verführerische Figur weckten eine Vielzahl von unmoralischen Fantasien. Den ganzen Abend über war sie an unserer Seite und mein bester Freund Bobby und ich tanzten abwechselnd mit ihr. Als die Uhr zwölf schlug, war es klar, dass sie Gefühle für Bobby hatte. Wie es sich für eine beste Freundin gehört, wünschte ich ihm Glück und ging allein zurück zur Basis, wobei ich rollmütig grinste. Danach waren sie unzertrennlich, wann immer wir die Stadt besuchten. Zu Beginn des Abends spielte ich die Rolle des dritten Rades und versuchte im Laufe des Abends meine eigene Gesellschaft zu finden. Gelegentlich lud sie einen Freund ein, mich zu begleiten, damit ich Gesellschaft haben konnte, während sie und Bobby sich unterhielten. Ich war jedoch überrascht, als Bobby auf mich zukam und mir den Ring zeigte, den er für sie gekauft hatte, obwohl wir sie erst seit drei Monaten kannten. Wow, Bobby, kommentierte ich. Das ist ein toller Stein. Bist du sicher, dass du dafür bereit bist? Ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus, als er mich ansah. Ich werde sie nicht entkommen lassen, erklärte er mit der Ausstrahlung eines älteren, weisen Mannes. Wenn du es weißt, weißt du es. Als Bobby an diesem Abend in der Kneipe auf die Knie ging, war ich von ihrem Gesichtsausdruck überrascht. Ich hatte gehofft, sie würde überglücklich und enthusiastisch sein, aber ich sah einen kurzen Ausdruck von Berechnung, bevor sie ihre wahren Gefühle offenbarte. Ich war neugierig, aber ich verzichtete darauf, Bobby etwas zu fragen, um ihm den Moment nicht zu verderben. Da ich Trauzeuge war, plante ich die Bachelor-Party, die, wenn ich das sagen darf, erstaunlich war. Die drei Hauptbestandteile waren alle da. Freunde, das halbe Bataillon war da. Alkohol, in dieser Nacht haben wir Bobby in seine Koje zurückgeschickt, weil er sich an nichts mehr erinnern konnte. Und Weiber. Stripperinnen waren natürlich auch da. Jeder musste es tun. Trotzdem habe ich Bobbys Integrität gewahrt und dafür gesorgt, dass er von nichts Schlimmem betroffen war. Schon während der Planung der Party hatte ich mit Gabriel gesprochen und sie um gewisse Einschränkungen gebeten. Es hätte keine Stripperinnen gegeben, wenn sie es einfach gesagt hätte. Ich war dagegen, dass Bobby sich scheiden lässt, bevor er überhaupt den Bund der Ehe geschlossen hat. Eine Handvoll Jungs aus unserer Einheit sowie ihre Eltern und einige ihrer Bekannten waren bei der bescheidenen Hochzeit dabei. Trauzeuge, ich hatte es schon erwähnt. Unser zweiter Einsatz fand zwei Monate später statt und dieses Mal ging es für drei Monate in die Wüste. Diese Patrouille wird mir immer in Erinnerung bleiben. Unsere Aufgabe war es, in einem Dorf nach Rebellen zu suchen, über deren Anwesenheit wir Gerüchte gehört hatten. Zusammen mit meinem Späher hatte ich bereits ein gutes Gebiet ausgekundschaftet, um die Jungs im Auge zu behalten. Auch wenn es immer noch Teile des Gebiets gab, die ich nicht sehen konnte, war das immer noch die beste Option. Den ganzen Tag über machte Bobby den Eindruck, als sei er nicht ganz in seinem Element. Er war ungewöhnlich schroff zu allen, mit denen er sprach, auch zu mir. Als ich mich nach seiner misslichen Lage erkundigte, grinste er nur und erklärte, dass er sich einfach nur auf den Beginn freue. Von dieser Patrouille kehrte Bobby nie zurück. Berichten zufolge rief Bobby so etwas wie »Come on, you bastards« und stürmte auf den Feind zu, wobei er sein M16 wie ein James-Cagney-Gangster aus der Hüfte schwang. Ich war nicht in der Lage, den Vorfall mitzuerleben, da sich seine Position außerhalb meiner Sichtlinie befand. Sein Team teilte mir jedoch mit, dass es sich so abgespielt hat. Selbst auf drei Meter Entfernung war er nicht zu sehen. Als ich ihm bei den Vorbereitungen für seine Rückkehr in die Vereinigten Staaten half, entdeckte ich den Brief. Ich war sein bester Kumpel. »Hallo, Bobby. Ich weiß, es ist eine herzlose Art, dir die Nachricht zu überbringen, aber ich treffe mich mit jemand anderem, und wir haben uns Hals über Kopf verliebt. Damit wir zusammen sein können, muss ich dich verlassen. Du verdienst mehr Liebe als das, was wir dir geben können, und ich hoffe, dass unsere Trennung deutlich gemacht hat, dass ich nie wirklich in dich verliebt war. Es ist das Beste, dass sich unsere Wege trennen. Ich hoffe, du findest jemanden, der dich so sehr liebt, wie du es verdienst. Ich hoffe, du wirst keine negative Meinung von mir haben. Ich werde unser Haus bereits verlassen haben, wenn du zurückkommst«, sagt John, »denn du hast noch einen Monat deiner Tournee vor dir. Wenn du es in deinem Herzen findest, mir zu verzeihen, will ich bei der Scheidung nichts von dir, und ich würde dich gerne als Freund haben.« Liebe Grüße. Liebe Gabrielle. Als ich den Brief las, rief ich, »Verdammt!« Jetzt, da ich weiß, warum Bobby sich so verhalten hat, habe ich beschlossen, mich zu rächen. Meine Reise wurde abrupt beendet, als mir befohlen wurde, mit Bobbys Leichnam in die USA zurückzukehren. Gabrielle kam zu uns, als wir den Sarg aus dem Flugzeug holten. Sie war sichtlich aufgebracht. Als sie den Sarg berühren wollte, brach ich das Schweigen. Ihre überraschte Reaktion ließ sie einen Schritt zurücktreten, und ich bemerkte den Polizisten neben ihr, als sie sagte, »Wage es nicht zu lachen, du Betrüger!« J. Edwards, Colonel. Er begann zu fragen, »Was zum Teufel?«, während er seinen Arm um ihre Schultern legte. »Wie kannst du es wagen?« Das war meine erste Frage. »Wie kann ich es wagen?«, fragte ich. »Diese Verräterin hat einem Soldaten im aktiven Dienst direkt vor einer Patrouille einen Abschiedsbrief zugesteckt.« »Was zum Teufel hat sie sich dabei gedacht?« »Wenn ich herausfinde, wer diese miese Ratte ist?« Colonel Edwards knurrte. »Halten Sie sich zurück, Marine.« »Ich hatte keine Ahnung, dass sie ihm geschrieben hat.« »Ich sagte ihr, sie solle sich gedulden, und wir...« »Sie sind mit der Frau eines ihrer Männer ausgegangen?«, sagte ich mit einem Anflug von Unglauben. »Du!« »Es ist nur...«, begann er zu sagen. Er ging in die Knie, als ihn mein erster Schlag direkt in den Nacken traf. Ich schlug ihn mit einem Tritt in die Leistengegend nieder, und während er am Boden lag, schlug ich ihm vier weitere Male ins Gesicht, bis die MPs mich einholten. Gemeinsam vor ein Kriegsgericht zu kommen, war das Schönste, was mir passiert ist. Ich habe einen vorgesetzten Offizier geschlagen, und er hat etwas Ungehöriges getan. Ich wurde nach einem Jahr Militärgefängnis wegen des Angriffs unehrenhaft entlassen, und er wurde kürzlich des Landes verwiesen und seiner Pension beraubt. Sie war nach Kanada umgezogen und wohnte bei einem französisch-kanadischen Geschäftsmann, als ich sie schließlich ausfindig machte, was ein weiteres Jahr dauerte. Colonel Edwards hatte sich irgendwo auf der Strecke verirrt. Ich wusste nicht, was aus ihm geworden war. Ich hatte vor, einfach aus sicherer Entfernung das Feuer auf sie zu eröffnen. Es würde ein Kinderspiel werden. Es wäre, als würde man ohne jeden Schutz und ohne Aufsicht auf einen Fisch in einem Fass schießen. Allerdings würde sie keine Ahnung haben, wer oder was sie angegriffen hat. Ich wollte eine intimere Geschichte, in der sie genau weiß, wer sie getötet hat, und warum. Letztendlich hat sie es mir recht leicht gemacht. Zusammen mit einer Gruppe von Freunden ging sie tanzen. Da ihr französisch-kanadischer Geschäftspartner nicht derjenige war, der sie gerade betrog, ist es klar, dass sie immer noch untreu war. Von der Sicherheit der Bar aus sah ich, wie er ihr leise ins Ohr sprach und sie ihm grünes Licht gab, als sie sich auf den Weg zum Ausgang machten. Ich entschuldigte mich, verließ das Gebäude und schritt um die Bar herum. Als ich sah, wie sie sich auf einen Geländewagen auf dem Parkplatz zubewegten, bestätigte sich mein Verdacht bezüglich ihres Ziels. Ich blieb neben meinem Fahrzeug stehen und wartete darauf, dass sie losfuhren, aber als er die Hecktür des Geländewagens aufschloss, wusste ich, dass es in dieser Sekunde passierte. Ich schlich mich näher heran, schaute mich nach Überwachungsmöglichkeiten um und konnte schließlich einen Blick auf Gabriel erhaschen, als der Mann sie schlug, zusammengerollt auf dem Sitz des Wagens. Ich hielt mich zurück, den Mann zu töten, denn ich hatte kein Problem mit ihm, aber ein schneller Würgegriff machte ihn bewusstlos, während er auf dem Boden lag. Gabriel kletterte aus dem Auto und stand mir gegenüber, wobei sie auf den Lauf meiner Glock 9 starrte, nachdem sie ein paar Sekunden später festgestellt hatte, dass die Schläge aufgehört hatten. Als sie mich erkannte, weiteten sich ihre Augen und sie zögerte, bevor sie sprach. Vor ihr tat ich es. Bobby lässt grüßen. Ich feuerte zwei Schüsse ab, die sie zweimal in die Brust trafen, und warf sie zurück ins Auto. Ich brauchte weniger als vier Stunden, um in die Vereinigten Staaten zurückzukehren, nachdem ich die Bar verlassen hatte, bevor der Klang der Schüsse irgendjemanden dazu veranlasste, zu gehen. Ich hatte eine Idee, während ich meine Rache an Bobby plante. Unzählige Menschen werden wahrscheinlich gerade jetzt betrogen. Sie können beschließen, wieder zusammenzukommen, oder sie können sich trennen. Manche Menschen suchen jedoch nach einer längerfristigen Lösung für einen untreuen Partner, und die konnte ich bieten. So wurde ich zum Auftragskiller, dessen Spezialität die Beseitigung von Menschen ist, die ihre Ehen verlassen. Es war eine einfache Arbeit. Sie hatte einen umwerfenden Hintern, langes, tiefschwarzes Haar, Beine, die endlos zu sein schienen, und eine Größe von etwa 1,80, wenn sie ihre Absätze trug. Sie nahm meinen Vorschlag für ein Date innerhalb von 30 Minuten nach unserer ersten Begegnung an. Denn wir verstanden uns auf Anhieb. Ich werde hier nicht näher auf unsere Romanze eingehen, aber es genügt zu sagen, dass Juliana und ich nach 18 Monaten Beziehung in einer spektakulären Zeremonie heirateten, an der über 200 Menschen teilnahmen, darunter ihre Verwandten und Freunde, meine Eltern und einige meiner ehemaligen Militärkameraden, mit denen ich immer noch in Kontakt stand. In Julianas Augen und in den Augen der Welt war ich ein erfolgreicher Geldverwalter. Ich arbeitete meist von zu Hause aus an meinem Computer, musste aber auch häufig auf Geschäftsreisen quer durch das Land gehen. Meine eigentliche Arbeit wurde dadurch tadellos verdeckt. Juliana machte das Leben schön. Selbst wenn ich auf Geschäftsreise war, ermutigte sie mich immer in meinen Bemühungen, meine Finanzen zu verwalten. Wann immer ich zu unseren Schlafzimmersitzungen zurückkehrte, war sie völlig widerspenstig und freute sich, mich wiederzusehen. Ich war immer noch mindestens vier- oder fünfmal pro Woche zum Sex zu Hause, oft sogar öfter. Wir gingen immer als Paar aus, aber sie tat es nie mit den Mädchen, obwohl sie viele Freunde hatte. Mit meiner Zustimmung ließ sie auch andere Männer auf unserer Tanzfläche tanzen, aber sie achtete darauf, dass das Verhalten aller dem Ehegattentest entsprach. Weder sie noch ich hatten jemals Zweifel an ihrer Zuneigung zu uns. Das Dark Web war eine Quelle für Verträge. Und ich war sehr vorsichtig, wenn es darum ging, sie zu akzeptieren. Da wir nur online kommunizieren konnten, brauchten sie konkrete Beweise für meinen Ehebruch, bevor wir unsere Vereinbarung abschließen konnten, und ich würde mich nie persönlich mit ihnen treffen. Die Gelder wurden auf ein Online-Treuhandkonto überwiesen. Die Kundengelder konnten bei Vertragserfüllung freigegeben werden. Ich hatte das Geld des Kunden zurück, falls ich den Vertrag nicht erfüllen konnte. Aber das ist nie passiert. Die Strafverfolgungsbehörden haben sich nie die Mühe gemacht, gegen mich zu ermitteln, weil ich keine Verbindungen zu den sogenannten Opfern hatte, und die Tatsache, dass ich in virtueller Währung handelte, bedeutete, dass das Geld auch dann sicher bleiben würde, wenn sich herausstellen sollte, dass der Käufer des Auftrags vollständig bezahlt hatte. Wenn eine Frau herausfindet, dass ihr Mann sie betrogen hat, will sie ihn tot sehen. Und ich habe mehr Männer als Frauen getötet. Vielleicht 10 zu 1. Wenn ein Mann von einer Frau betrogen wird, will er normalerweise, den Mann, der für den Betrug verantwortlich ist, tot sehen. Ich war moralisch bankrott, obwohl es natürlich Ausnahmen gab. Die Leute waren begierig darauf, mich zu bezahlen, und sie bezahlten mich gut. Diejenigen, die mich betrogen hatten, bekamen, was sie verdienten. Das Leben ging also weiter. Unser erstes Kind wurde drei Jahre nach unserer Heirat mit Juliana geboren, und unser zweites kam kaum 18 Monate nach unserer Hochzeit auf die Welt. Sie stammten aus soliden, unterstützenden Familien und waren nun beide vollfinanzierte College-Studenten. Nachdem ihre Kinder das Nest verlassen hatten, kehrte Juliana zu ihrem Job im Autohaus zurück. An den meisten Tagen arbeitete ich von zu Hause aus, aber ich ging auch gelegentlich aus. Ich hatte die Absicht, mich zur Ruhe zu setzen. Nur noch ein paar Aufträge, und ich muss zugeben, dass ich des Spiels überdrüssig geworden war. Am schwarzen Brett, an dem ich normalerweise Jobs fand, waren zwei Aufträge ausgeschrieben. Einer in dem Bundesstaat jenseits der Grenze und einer in der ganzen Nation. Nachdem ich beschlossen hatte, dass die Bezahlung für den lokalen Auftrag ausreichen würde, um in den Ruhestand zu gehen, klickte ich auf die Schaltfläche Auftrag, um das Auftragsvergabeverfahren einzuleiten. Ein Mann namens Peter Miller war das beabsichtigte Opfer. Beigefügt war ein Foto. Seine zahlreichen Reisen durch sein Gebiet und drei Bundesstaaten, einschließlich unseres, als Gruppenversicherungsvertreter, waren in einem Aktenverzeichnis aufgeführt. Er hatte drei kleine Kinder, Paul, Mary und Chabon, mit seiner Frau Janine. Seine Affären mit vier verschiedenen Frauen wurden in den PI-Berichten, die ich erhalten habe, ausführlich beschrieben. Er war im Moment auf Reisen und würde in einem Umkreis von 50 Meilen um mein Haus vorbeikommen. Für die nächsten sieben Tage plante er, sich in einem Hotel einzuquartieren. Obwohl es keine offiziellen Angaben über seinen Beziehungsstatus gab, wurde allgemein angenommen, dass er sich während seines Aufenthalts mit jemandem traf. Sein Hotel sollte überwacht werden und gegen ihn sollte permanent ermittelt werden, falls er mit einer anderen Frau angetroffen würde. Dem Vertrag waren Bilder des Mannes, seiner Frau und ihrer drei Kinder beigefügt. Ich konnte nicht umhin, mich jedes Mal zu fragen, warum sie es für nötig hielten, die Fotos der Kinder beizufügen. Jemand hat offensichtlich viel Zeit und Mühe in die Zusammenstellung des Dossiers gesteckt. Sie wussten genau, in welchem Hotel und in welchem Zimmer er untergebracht war. Meiner Google-Suche zufolge befand sich das von ihm reservierte Zimmer auf der Ostseite des Hotels, im fünften Stock. Eine flüchtige Suche auf Google Earth ergab eine Baustelle, die sich nicht auf der gegenüberliegenden Straßenseite, sondern einen Block weiter befand. Die Gebäude gegenüber dem Hotel waren nur drei Stockwerke hoch. Wenn ich also in diesem unvollständigen Gebäude auf eine ausreichende Höhe klettern könnte, sollte ich die gesamte Ostseite des Hotels sehen können. In meinem Gespräch mit Juliana am Freitagabend erwähnte ich, dass ich nächste Woche zu einer Reise aufbrechen musste. Am Montagmorgen werde ich abreisen und am Donnerstag, vielleicht sogar am Freitag, zurückkehren. Als sie eine Lesepause einlegte, blickte sie auf das Buch. Ich dachte, du wärst damit fertig, kommentierte sie. Ich habe mich nur erkundigt, nicht beschwert. Je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln, könnte dies das Letzte sein. Wenn es nicht klappt, gibt es vielleicht ein weiteres. Sie lächelte, nachdem sie genickt hatte. Das heißt, wir haben das ganze Wochenende zusammen, sagt sie. Nach einem fantastischen Freitagabend gingen wir am Samstag aus, erledigten ein paar langweilige Dinge und aßen dann in unserem Lieblingsrestaurant zu Abend. Den Sonntag verbrachten wir größtenteils im Bett, aber der Samstagabend wurde mit Essen verbracht. Am Montagmorgen hatte ich meine Sachen gepackt und war mit meinem Auto auf dem Weg zum Flughafen. Ich parkte das Auto und ging eine halbe Meile zu einem Lagerraum, den ich in der Nähe hatte. Ich stieg in eine graue Toyota-Limousine ein, ein unauffälliges Fahrzeug, das auf einen falschen Ausweis zugelassen war, der zwar eine Polizeikontrolle bestanden hätte, aber einer gründlichen Untersuchung nicht standgehalten hätte. Ich befand mich im siebten Stock der Baustelle und hatte mein Spektiv auf sein Fenster gerichtet, als die Zielperson den Raum betrat. Er sah sich eine Weile um, bevor er sein Telefon abnahm, das offenbar geklingelt hatte. Nach einem kurzen Gespräch verließ er sein Zimmer. Es war kurz nach Mittag. Aus irgendeinem Grund war die Baustelle jetzt geschlossen, sodass ich nicht das Bedürfnis verspürte, ihm nachzugehen. Ich nahm an, dass er ohnehin zurückkommen würde, also richtete ich mich einfach ein und wartete. Nach 18 Uhr ging er zurück in sein Zimmer. Er ging eilig ins Bad, um zu duschen, und als ich ihn auf dem Weg zurück ins Schlafzimmer beobachtete, dachte ich, er sei durchschnittlich. Das Wasser muss kalt gewesen sein, denn zwischen seinen Beinen und seinem Körper gab es nicht viel zu sehen, und sein schlanker Körperbau war nicht gerade beeindruckend. Ich habe mich immer gefragt, was Frauen an Typen wie ihm attraktiv finden, und bin schließlich zu dem Schluss gekommen, dass es seine charismatische Persönlichkeit war, nicht seine körperlichen Attribute, sondern seine Sprüche im Chat. Er wartete noch eine halbe Stunde, bevor er sich fertig machte und ging. Ich aß etwas und ließ mich nieder, um auf seine Rückkehr zu warten. Ich wusste, dass er zurückkommen würde, und ich würde Fotos machen, um seine Untreue zu beweisen. Dann würde ich ihm in den Kopf schießen. Im Vertrag stand nichts davon, die Frau zu verschonen, also würde ich sie nicht töten. Ich habe nichts dagegen, betrügerische Huren zu töten, aber ich wusste nicht, dass diese Frau eine Hure war. Vielleicht ist sie nur ein unschuldiges Mädchen, das auf die Masche dieses Widerlings hereinfällt. Wie dem auch sei, ich würde keine Informationen haben, und sie würde leben. Als es nach Mitternacht wieder hell wurde, richtete ich mein Zielfernrohr neu aus und beobachtete, wie meine Zielperson in Begleitung einer großen, dunkelhaarigen Frau den Raum betrat. Als sie eintrat, drückte die Frau ihn sofort gegen die Tür und kniete sich vor ihm nieder. Ich konnte ihr Gesicht nicht sehen, weil sie mir abgewandt war, aber ich konnte ihn ein paar Stockwerke höher sehen, also blieb ich unbesorgt. Ich rechnete damit, dass sie irgendwann weiter in den Raum gehen würden. Sie wippte mit dem Kopf hin und her, und innerhalb weniger Minuten hatte er seine Hände auf ihrem Rücken und bewegte seine Hüften. In weniger als fünf Minuten versteifte er sich und spritzte offenbar seine Ladung in ihren Mund. Ich nahm es als Zeichen, dass sie geschluckt hatte, denn sie spuckte es nicht auf den Teppich. Und wenn sich ihre Bewegungen nicht überschlagen hatten, küßten sie sich gleich danach. Immer noch aneinander gefesselt, begannen sie sich auf dem Weg zum Bett zu entkleiden. Und als sie dort ankamen, war er bis auf ihren Slip nackt und er schob sie zurück auf das Bett und begann sie am ganzen Körper zu küssen. Sie zappelte und drückte ihre Hüften in sein Gesicht, während ich zusah, wie er sie vernaschte. Von dieser Position aus konnte ich nur die Spitzen ihrer Köpfe sehen. Aber dann kam sie eindeutig, warf ihren Kopf zurück, und ich stellte das Teleskop so ein, dass ich ihr Gesicht sehen konnte. Mit aller gebotenen Zurückhaltung verzichtete ich in diesem Moment darauf, den Auslöser zu betätigen. Stattdessen drückte ich auf den Auslöser der Kamera, die an meinem Zielfernrohr befestigt war, und hielt das Bild digital fest. Die nächsten drei Stunden verbrachte ich damit, das Paar beim Herumtollen im Schlafzimmer zu filmen und zu fotografieren. Sie hatten Sex an verschiedenen Stellen, unter anderem am Fenster, wo sie dank der offenen Jalousien und des Sonnenlichts von der Straße aus gut zu sehen waren. Da sie beide erschöpft waren, gingen sie ins Bett und küßten sich ein letztes Mal leidenschaftlich, bevor sie die Nacht beendeten. In der Dunkelheit, mit rasendem Puls und rasenden Gedanken, lehnte ich mich in meinem Stuhl zurück und betrachtete das Foto, das ich vorhin mit dem Sucher meines Handys aufgenommen hatte. Der Rücken der Frau wölbte sich, ihre Augen waren weit aufgerissen, und ihr Mund bewegte sich in einer schönen O-Form, als sie einen Orgasmus hatte. Ich vergrößerte das Foto, sodass ich mich auf Julianas Gesicht konzentrieren und in ihre atemberaubenden Augen blicken konnte. In meinem Kopf rasten die Gedanken. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich den Anschlag nicht ausführen. Glücklicherweise standen meine Handlungen in keinem Zusammenhang mit den Opfern oder ihren Partnern. Wenn ich jetzt einen oder beide ermorden würde, würde die Polizei zuerst mit mir sprechen wollen. Mein Alibi wäre nicht stichhaltig. Außerdem war ich nicht bereit, eine Entscheidung bezüglich Juliana zu treffen. Ich war stinksauer und hätte sie in diesem Moment ohne zu zögern erschießen können. Aber ich wusste, dass sich mein Zorn legen würde und dass ich bei der Entscheidung, wie ich mit ihr umgehen sollte, an meine Kinder und nicht nur an mich selbst denken musste. Ich würde für immer mit den Folgen meiner Entscheidung leben müssen. Ich fragte mich auch, ob jemand anderes den Vertrag übernehmen würde, wenn ich ihn zurückbekäme, und wenn ja, ob er weniger wählerisch sein würde, ob er den Partner dieses Idioten töten würde oder nicht. Ich konnte nicht umhin, mich zu fragen, ob die ganze Sache ein Betrug war. Vielleicht hatte es jemand so eingefädelt, dass ich sehen konnte, wie meine Frau mit diesem Idioten fremdging und mich so zur Strecke bringen konnte. Um die Polizei machte ich mir keine Sorgen. Sie hätte sie nicht angegriffen, wenn sie gewusst hätte, dass ich heute erschossen werden könnte. Aber es könnte noch jemand anderes im Spiel sein, vielleicht sogar jemand, der mit einem meiner früheren Aufträge in Verbindung steht und auf Rache sind. Ja, ich musste diese Vereinbarung so abschließen, dass sie zufällig oder natürlich erschien. Mit Juliana würde ich mich später befassen und die Strafverfolgungsbehörden würden keine Nachforschungen anstellen, so dass es keine Rückwirkungen auf uns geben würde. Ich brachte meine gesamte Ausrüstung in den Lagerraum zurück, da ich wusste, dass sie für diesen Auftrag nicht benötigt werden würde. Ich fand die beiden Fahrzeuge und installierte einen GPS-Tracker, nachdem ich weitere elektronische Geräte aus dem Gefängnis geholt und mich auf den Weg zurück zum Hotel gemacht hatte. Nachdem sie beide gegangen waren, Juliana zurück zu meinem Haus und er, um zu tun, was auch immer er hier tun sollte, brach ich in sein Hotelzimmer ein und benutzte einen elektronischen Schlüsselkartenspoiler. Ich durchsuchte das Zimmer und fand nichts Überraschendes. In seinem Gepäck fand ich einige Blutdruckmedikamente und Viagra. Ich installierte ein paar versteckte Kameras. Ich hatte vier Tage Zeit, um diesen Auftrag auszuführen. Ich brauchte nicht viel mit Juliana zu sprechen, da ich ihr gesagt hatte, dass ich erst am Donnerstag oder Freitag zurück sein würde. Aber ich wusste, dass sie mich heute anrufen würde. In der Zwischenzeit hatte ich mit meinem falschen Ausweis eine Reservierung im Hotel vorgenommen. Es wäre viel einfacher, wenn ich tatsächlich im Hotel einchecken könnte. Soweit ich das beurteilen konnte, gab es nur in der Lobby und in den Aufzügen Sicherheitskameras. Auf den Treppen und in den Fluren, die zu den Zimmern führten, gab es keine. Während ich mich für den Tag vorbereitete, beobachtete ich, wo sie sich aufhielten. Juliana arbeitete, ging ins Fitnessstudio und kam nach Hause. Als ich sah, dass er sich auf mein Haus zubewegte, schwor ich mir, dass ich ihn und sie aus Prinzip umbringen würde, wenn sie ihn in mein Haus ließe. Glücklicherweise kam er nicht näher als fünf Blocks an mein Haus heran. Juliana meldete sich kurz nach sechs Uhr nachmittags bei mir, glaube ich. Sie sagte, Hey, Babe. Ich hatte gehofft, du würdest mich gestern Abend anrufen, deshalb habe ich dich verpasst, Schatz. Entschuldige, ich bin vor dem Fernseher eingenickt und als ich aufwachte, war es schon zu spät, antwortete sie ohne zu zögern. Das wusste ich auch. Ich ballte die Faust und murmelte, deshalb habe ich dich auch nicht gestört. Ich hatte noch nie erlebt, dass Juliana mich hintergangen hätte, aber ich war mir sicher, dass es schon andere gegeben hatte. Ich hoffe, das Treffen verläuft gut, ergriff sie das Wort und fragte mich. Es ist eine unvorhergesehene Schwierigkeit aufgetreten. Wegen eines unerwarteten Teilnehmers an der Sitzung wurden einige Bedenken geäußert. Ich bin zuversichtlich, dass ich die Vereinbarung zum Abschluss bringen kann, auch wenn es schwieriger sein und mehr Zeit in Anspruch nehmen könnte. Abgesehen davon werde ich nicht mehr verreisen, sobald die Sache abgeschlossen ist, erklärte ich. Sie werden also statt am Donnerstag am Freitag zurückkehren? Ihre Stimme klang fast wie ein Lächeln. Ich sagte mit einem Hauch von Säure, Du klingst nicht allzu enttäuscht. Oh nein, ganz und gar nicht. Ich habe mich einfach gefreut zu hören, dass dies ihre letzte Reise sein wird. Sie argumentierte, dass es sich lohnen würde, die Reise um einen Tag zu verlängern, wenn es die letzte sein würde. Anstatt zu sagen, Gute Erholung, fragte ich, Was haben sie heute Abend vor? Sie kündigte an, dass sie nach ihrer Rückkehr aus dem Fitnessstudio vor dem Fernseher dahin vegetieren und früh ins Bett gehen wolle. Du weißt ja, dass ich auch arbeiten muss. Weißt du noch, was meine Mutter mir immer gesagt hat, sagte ich. Wenn du um elf nicht im Bett bist, musst du nach Hause gehen. Ein Lachen entwich ihren Lippen. Morgen Abend werde ich dich anrufen. Sie werden vermisst. Auf Wiedersehen für jetzt. Ich beendete den Anruf abrupt, ohne das Gespräch fortzusetzen, und ich frage mich, ob sie es bemerkt hat. Ein Freund von mir war der Empfänger meines letzten Anrufs. Er war Apotheker und versorgte mich manchmal, wenn meine bevorzugte Tötungsmethode nicht geeignet war. Manchmal wollten Einzelpersonen, dass die Dinge natürlicher aussehen, was in der Regel einen höheren Preis bedeutete, aber in diesem Fall würde ich den Preis in Kauf nehmen. Ich kehrte zurück, nachdem ich meinen Freund gesehen hatte, und der Idiot war bereits in seinem Hotel. Sein Telefon klingelte, als ich mich bei der Webcam anmeldete. Ich erschrak, als ich hörte, wie er sagte, Hey Jules! Juliana verachtete es, wenn ihr Name in irgendeiner Weise abgekürzt wurde, und die Tatsache, dass sie sich von ihm Jules nennen ließ, verschlimmerte die Situation nur noch mehr. Die beiden unterhielten sich weiter. Ich bin spät zurückgekommen, also nein. Könnten Sie mir vielleicht eine Stunde Zeit geben, um mich vorzubereiten, damit wir uns unten treffen können? Passt Ihnen 19.30 Uhr? Sicher, ich freue mich schon darauf. Heute Abend werde ich Ihnen auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich werde dafür sorgen, dass du diesen schwachen Menschen, den du geheiratet hast, nie vergisst, rief er erfreut aus. Nein, nein, Juliana, wiederholte er, das hatte ich nicht vor. Ich weiß, er hat nicht, nein, danke. Er blickte auf sein Telefon und sagte zu Julie, verdammt! Er wurde wütend und verkündete. Er schien sich aus einem leidenschaftlichen Abend herausgeredet zu haben, was mich innerlich eine Grimasse ziehen ließ. Ich erhielt einen Anruf von Juliana. Hallo, Liebling, wie geht es dir? Ich bin überrascht, sagte ich. Mir ist gerade eingefallen, dass ich nicht gesagt habe, dass ich dich liebe, als wir vorhin gesprochen haben, fuhr sie fort, bevor sie hinzufügte. Nichts. Sie schien ein wenig beunruhigt zu sein, aber sie wollte sich nur vergewissern, dass du Bescheid weißt. Sag mir, dass alles in Ordnung ist. Du klingst nicht richtig, erkundigte ich mich. Es geht mir gut, sagte sie. Ich vermisse dich einfach nur. Ich bemerkte, dass Jerk mit ihr telefonierte, also nahm ich an, dass er sie anrief. Ich hörte ihr Telefon summen, um ihr mitzuteilen, dass ein Anruf für sie anstand. Warum plaudern wir dann nicht ein wenig? fragte ich. Es wird fast so sein, als ob ich da wäre. Ich wartete darauf, dass sie sich entschied, ob sie weiter mit mir reden oder wieder mit ihrem Freund reden wollte, damit er sie zu mehr Sex überreden konnte. Leider traf sie die falsche Entscheidung. Nein, ich mache mich nur lächerlich. Hören Sie mir zu. Meine Mutter versucht, mich zu kontaktieren. Ich wollte dir nur meine Zuneigung zu dir ausdrücken. Erholen Sie sich gut. Bevor ich überhaupt daran denken konnte, mich zu wehren, waren die Worte gesagt. Ich legte den Hörer auf und sagte, Gute Nacht, Jules. Ich weiß nicht, ob sie mich beachtet hat. Er lächelte, als er den Hörer abnahm, als ich in sein Zimmer zurückkehrte. Entschuldige mich, Liebling. Es tut mir auf jeden Fall sehr leid. Ich weiß genau, dass du es nicht magst, wenn ich über ihn lästere. Ich habe einfach gewisse Unsicherheiten. Mein einziges Ziel im Leben ist es, dir der beste Liebhaber zu sein, damit du die gleiche Freude empfindest, die du mir bereitest. Nein. Auf keinen Fall. Sicher. Wie wäre es mit morgen? Ich dachte, wir könnten im Archis Essen gehen. Könnten Sie bitte einen Tisch für sieben Personen reservieren? Ja, das ist mir klar. Ich entschuldige mich für vorhin. Ja, Juliana, ich liebe dich auch. Nacht. Ich liebe dich auch. War das eine Taktik, um das Gespräch zu beenden? Oder liebte sie diesen Idioten wirklich? Das würde ich morgen herausfinden. Ich glaubte, dass das bedeutete, dass sie ihm gesagt hatte, dass sie ihn liebte. Ich wusste, dass es an der Zeit war zu handeln, als ich hörte, wie er den Zimmerservice bestellte, ein Abendessen und ein paar Bier, nur wenige Augenblicke, nachdem ich ihn hatte, rufen hören. Ich trat zurück, damit er mich nicht durch den Türspion sehen konnte, aber ich glaube, er sah nicht einmal hin. Nachdem der Zimmerservice geliefert wurde und der Hotelangestellte gegangen war, klopfte ich an seine Tür. Der Ausdruck der Überraschung auf seinem Gesicht, als er in den Lauf meiner schallgedämpften Glock starrte, war unbezahlbar. Ich sagte zu Peter in einem freundlichen Ton, Guten Abend, darf ich reinkommen? Ich trat vor und erschreckte sofort zurück, als sich die Tür hinter mir schloss. Sein Kiefer bewegte sich kurz, gab aber keinen Laut von sich. Sagen Sie mir nur, Sie können die etwa 500 Dollar haben, die in meiner Brieftasche sind, sagte er. Ich drückte meinen Wunsch nach einem angenehmen, freundschaftlichen Gespräch aus und sagte, Nicht so grob. Ihre Frau Janine, meine Arbeitgeberin, hat mich um bestimmte Antworten gebeten und ich denke, Sie wissen, wer sie ist. Mein lieber Herr, ich zähle auf Sie, dass Sie mir die Lösungen liefern, die ich brauche. Sein Gesicht wurde blass, als er drohte, jeden zu erschießen, der ihn anlügt, denn er hatte bereits eine Menge Informationen, aber er brauchte noch einige Lücken. Ich erklärte ihm dann, ich möchte Sie wirklich nicht erschießen. Die Situation war ähnlich wie bei der Schwerstarbeit. Und Ihre wunderbare Frau würde es vorziehen, die Ehe zu beenden und Sie öffentlich zu beschämen. Ihr finanzieller Wert ist für Sie höher, solange Sie leben, als wenn Sie tot sind. Sie glaubt, dass Ihre Kinder Sie vermissen würden, wenn Sie nicht mehr da wären, aber sie verlangt die volle Wahrheit über Ihre außerehelichen Affären. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie von all den Frauen erfährt, mit denen Sie fremdgegangen sind und deren Ehegatten darüber informiert. Ich werde mich vom Aufräumen entschuldigen, wenn du mir alles erzählst, und zwar jetzt gleich. Ist das Ihrer Meinung nach vernünftig? Ist das das Beste, was dieser Ort zu bieten hat? sagte ich und griff in mein Getränk, um eine Flasche Bier zu holen. Ich klappte den Deckel auf, reichte sie ihm, öffnete den Deckel einer anderen Flasche, nahm einen Schluck und zog eine Grimasse. Ich stellte die Frage. Ein Funken Optimismus leuchtete in seinen Augen auf, als er meine Augen sah. Versprechen Sie mir, mich nicht zu erschießen, wenn ich Ihnen alle Informationen gebe, die Sie wünschen? Meine Antwort ist nein. Jetzt, wo ich mich von Ihnen verabschiedet habe, können Sie Ihr Leben weiterführen. Wenn Sie Ihre Frau genug anflehen, könnte Sie sie sogar zurücknehmen. Wenn auch nur um Ihrer Kinder willen. Also würde ich empfehlen, Sie anzurufen, sobald ich weg bin. Ich wies auf einen Stuhl und er setzte sich. Welche Informationen suchen Sie? fragte er. Er senkte ungläubig den Kopf, als ich die Namen und Adressen von vier Damen aufzählte, über die er fast alles wusste. Ich wusste auch von einer Frau in der Stadt. Sie arbeitet in einem Autohaus und ich glaube, ihr Name ist Juliana. Mit einem Nicken bestätigte er das. Beginnen wir also mit der Tatsache, dass Ihre Frau keine Ahnung von ihr hatte. Bitte schildern Sie mir alle Einzelheiten Ihrer Beziehung zu Juliana, auch wie Sie sich kennengelernt haben und wie lange Sie schon intim sind. Ich brachte ihm eine Flasche Bier und er begann langsam, aber sicher, seine Geschichte zu erzählen. Vier Monate waren vergangen, seit er Juliana zum ersten Mal gesehen hatte. Er hatte mit ihr in ihrer Eigenschaft als Finanzbeamtin gesprochen, als er im Autohaus war, um seine Versicherung zu verkaufen. In diesem Moment wusste er, dass er sie haben musste, denn sie war wunderschön, charismatisch und hatte eine Figur, die alle Blicke auf sich zog. Er lud sie zum Mittagessen ein, da ihr Treffen den größten Teil des Vormittags in Anspruch nahm. Nach dem Mittagessen schlug sie ihm vor, sie an diesem Abend zum Essen einzuladen, da ihr Mann geschäftlich verreist war. Er war umso erstaunter, als sie sofort zusagte. Sie hatte ihm an diesem Abend ein unvergessliches Erlebnis beschert und sie kehrten in sein Hotel zurück. Ich unterbrach ihn, als er begann, von ihrer Freundlichkeit zu erzählen. Diese Art von Information war für mich nicht notwendig. Wie oft hast du dich mit Juliana getroffen, wollte ich wissen. Wir haben uns etwa acht oder neun Mal getroffen. Jedes Mal, wenn ihr Mann verreist war, rief sie mich an und wenn ich Zeit hatte, kam ich vorbei. Ich habe sogar Verabredungen mit meinen anderen Freundinnen abgesagt, wenn sie anrief, weil sie so viel besser war als alle anderen, sagte er grinsend. Für einen Moment verlor er seine Lage aus den Augen, vertieft in die Geschichte. Als er sein Bier ausgetrunken hatte, starrte er auf die leere Flasche. Könnten Sie mir bitte noch eins geben, erkundigte er sich und deutete auf die Minibar. Langsam, sagte er. Es wäre schade, wenn ich sie wegen eines Missverständnisses erschießen müsste. Wir scheinen uns irgendwie zu verstehen. Er ging hinüber, um einen weiteren Drink zu holen und grinste erneut. Er bot mir an. Willst du auch einen? Woraufhin ich ihn mit Schweigen bedachte. Er setzte sich wieder hin. Also, erwiderte ich. Du sagst, dass Juliana alle Schritte gemacht hat. Wissen Sie, ob sie so etwas oft gemacht hat? Ich glaube nicht. Aber ich bin sicher, dass sie mich nicht zuerst hatte. Es war kein schlechtes Gewissen im Spiel. Wirklich. Sie wollte nicht, dass ich etwas Schlechtes über ihren Mann sage. Und heute habe ich ihn einen Idioten genannt und sie hat mir alles erzählt, scherzte er. Sonst wäre sie jetzt hier. Nachdem ich darüber nachgedacht hatte, bemerkte ich, seltsam, dass sie sich darüber aufregt, wenn man bedenkt, was sie getan hat. Sie kategorisiert die Dinge, sagte er. In ihrer Vorstellung ist die Juliana, die ihrem Mann eine liebevolle Ehefrau ist. Ich kenne nicht einmal seinen Namen. Sie weigert sich, über ihn zu sprechen. Eine andere Juliana, die zu mir kommt, um mit mir Sex zu haben. Sie sieht nichts Falsches darin, weil es zwei verschiedene Menschen sind. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr Mann das so sehen würde, kommentierte ich. Geistig mag sie sich wie zwei verschiedene Menschen fühlen, aber körperlich sind sie eins. Ich nehme an, sie benutzen keinen Schutz? Nein, niemals. Sie sagte, wir bräuchten es nicht. Sie sagte, sie nimmt die Pille, kommentierte er. Was ist mit Geschlechtskrankheiten? Ich entgegnete. Wenn man bedenkt, dass du mit dem halben Land Sex hattest, hat sie da überhaupt daran gedacht, ihrem Mann irgendetwas Ekliges mit nach Hause zu bringen? Ich bin mir nicht sicher, ob sie jemals daran gedacht hat. Ich lasse mich aber regelmäßig testen und bin sauber, erklärte der Mann. Ich notierte mir, dass ich mich auch testen lassen würde, auch wenn das nur ein schwacher Trost war. Peter verschränkte die Arme und blickte finster drein. Stimmt etwas nicht? erkundigte ich mich mit einem Hauch von Dringlichkeit. Verdauungsstörungen. Ich habe nichts gegessen und die Biere, sagte er leise. Dann keuchte er, strich geistesabwesend über seinen linken Arm. Schweiß tropfte ihm von der Stirn und seine Wangen färbten sich scharlachrot. Dann griff er sich mit beiden Händen an die Brust. Er rief. Helft mir! Peter, sieh mich an! rief ich. Er schaute auf. Seine Augen waren nun ängstlich. Er rang nach Luft und ich konnte sehen, dass er nicht mehr lange zu leben hatte. Du hättest dich von Juliana fernhalten sollen, informierte ich sie. Meine Frau. Als er das Bewusstsein zu verlieren begann, weiteten sich seine Augen kurz, bevor sie zurückrollten. Ich vergewisserte mich, dass nichts im Zimmer war, was darauf schließen ließ, dass außer ihm noch jemand in den 10 oder 15 Minuten, die er zum Sterben brauchen würde, hier gewesen war. Ich stellte das Essen vom Zimmerservice vor ihn hin und schaltete den Fernseher ein, allerdings auf niedriger Stufe. Sein Körper scheint einem tödlichen Herzinfarkt zum Opfer gefallen zu sein, während er zu Abend aß und fernsah. Ich war mir sicher, dass eine gründliche Autopsie genügend Herzprobleme aufzeigen würde, um den Herzinfarkt zu erklären, zumal er bereits Medikamente gegen seinen Blutdruck einnahm. Außerdem hatte er Viagra eingenommen, was natürlich keine gute Idee ist. Nachdem ich mich noch einmal vergewissert hatte, dass er tot war, ging ich nach draußen, um mich zu vergewissern, dass der Flur frei war, kehrte dann in mein Zimmer zurück und hängte das Schild »Bitte nicht stören« an die Tür. Juliana meldete sich am nächsten Tag kurz nach 530 Uhr. Ein fröhliches »Hey, Schatz, wie war dein Tag?« erkundigte sie sich. »Erstaunlich gut«, kommentierte ich. »Ich habe eines der offenen Probleme gelöst, und ich bin zuversichtlich, dass ich auch das letzte offene Problem lösen kann. Hör zu. Ich habe eine Idee. Da dies meine letzte Reise ist, warum fliegen wir nicht über das Wochenende nach Mexiko? Ich kann dich am Flughafen abholen, und wir können ein Wochenende lang feiern, oder vielleicht sogar einen längeren Urlaub daraus machen. Ich bin mir sicher, dass du noch Urlaubstage übrig hast, aber selbst wenn nicht, sag ihnen, dass du fliegst. Es ist ja nicht so, dass du den Job brauchst.« Ich brach in Gelächter aus. Juliana sagte lachend, »Klingt nach einer tollen Idee. Ich werde morgen mit Barry sprechen und sehen, was er sagt. Ich rufe dich dann morgen Abend an, und wir können die Flüge buchen.« »Das war perfekt«, bemerkte ich. »Also, was hast du heute Abend vor?« »Das Gleiche wie immer. Ich muss ein paar Sachen nachholen und schaue Sex live am Stück. Es ist wirklich gut.« »Geht es da nicht um eine Frau, die Affären hat?« »Ich wollte es genauer wissen.« »Ich hoffe, du kommst nicht auf dumme Gedanken.« Wieder gluckste sie. »Es macht mich heiß, wenn ich wieder an dich rankomme,« bemerkte die Frau. Da ich wusste, dass sie glaubte, eine Reservierung für ein Abendessen für sieben Personen zu haben und dass sie mindestens 40 Minuten brauchen würde, um dorthin zu gelangen, behielt ich die Uhr im Auge. »Hör mal, Schatz, der Ofen hat gerade gepiept. Mein Essen ist fertig. Ich rufe dich morgen an, okay?« antwortete sie. »Okay, viel Spaß beim Essen und beim Fremdgehen,« antwortete ich. Ihre Worte waren »Ich liebe dich, Babe.« Danach beendete ich das Gespräch. Um 8.30 Uhr hörte ich jemanden an die Tür von Peters Hotelzimmer klopfen. Ich nahm an, dass Juliana ins Restaurant gegangen war, gewartet hatte und dann zurückgekommen war, um herauszufinden, warum sie versetzt worden war, denn die Zimmermädchen waren nicht mehr ins Zimmer gekommen, seit ich das Schild »Bitte nicht stören« aufgehängt hatte. Erneut klingelte es an der Tür. Nachdem ich 20 Minuten gewartet hatte, hörte ich das Schloss der Tür piepsen und sie schwang auf. Nach Juliana betrat ein Hotelangestellter das Zimmer. Ein Angestellter eilte auf Peter zu, als er sah, wie er sich über das Gesicht beugte, das mit den festen Resten des gestrigen Abendessens bedeckt war. Juliana blieb beim Anblick dieses Schauspiels einfach in der Tür stehen. »Ist er tot?« fragte sie weiter. Es war ziemlich klar, dass er tot war, als der Hotelangestellte nach einem Puls tastete. Sein ganzer Körper spannte sich an. »Ja, er ist tot.« Nach einem kurzen Schweigen verließ Juliana abrupt den Raum. Die Hotelangestellte war bereits im Aufzug und auf dem Weg nach draußen, als sie bemerkte, dass sie gegangen war. Seine Medikamente wurden schließlich gefunden, nachdem die Behörden und Rettungssanitäter herbeigerufen worden waren und das Zimmer durchsucht hatten. Anhand seiner Symptome und der Art und Weise, wie er aufgefunden wurde, kamen die Notärzte zu dem Schluss, dass er einen tödlichen Herzinfarkt erlitten hatte. Nach einem Gespräch mit dem Hotelangestellten erfuhr die Polizei, dass die Frau, die den Mann aufgesucht hatte, ihnen befohlen hatte, das Zimmer zu betreten und genau das geschah auch. Er hatte die Frau früher in der Woche gesehen, sie hatte ihn früher besucht. Aber er kannte sie nicht. Aber der Mann war schon früher dort gewesen, mit einer Reihe von weiblichen Begleitern. Da der Mann großzügig Trinkgeld gab und sie sich ruhig verhielten, hatte der Angestellte keine Ahnung, dass es sich um Begleitpersonen handeln könnte. Als alle gegangen waren, holte ich meine Überwachungsausrüstung. Am nächsten Morgen meldete ich mich ab, nachdem ich alle meine Sachen zusammengesucht hatte. Während Peters Auto auf dem Parkplatz stehen blieb, schaltete ich sein GPS aus. Am Samstagmorgen holte ich Juliana vom Flughafen ab und wir fuhren zu der Villa, die ich gemietet hatte. Sobald sie den privaten Pool mit seinen Liegestühlen erblickte, rief sie begeistert aus. Ich ziehe mich um. Können wir uns vorher noch ein paar Minuten unterhalten? Jules, erkundigte ich mich. Sie drehte schnell ihren Kopf zu mir. Du weißt, dass ich es nicht mag, wenn du mich so nennst, bemerkte die Frau. Warum nicht? Entgegnete ich. Es schien dich nicht zu stören, als Peter es benutzte. Sie entschied sich, trotz ihrer blassen Hautfarbe mutig zu sein. Wer ist Peter? fragte sie. Sie wissen schon, Peter, der Versicherungsvertreter, der, mit dem du in den letzten vier Monaten Sex hattest. Der, mit dem du am Montagabend geschlafen hast, als du sagtest, du wärst so müde gewesen, dass du eingeschlafen bist und mich nicht angerufen hast, sagte ich. Ich weiß nicht, mit wem du gesprochen hast oder was du gehört hast, aber, begann sie. Ich legte ein achtmal zehn Meter großes Bild auf den Tisch, der in der Mitte zwischen uns stand. Es war das Originalbild, das ich mit meinem Spektiv aufgenommen hatte. Sie lag auf dem Rücken, ihr Liebhaber auf ihr, die Augen geweitet und der Mund in perfekter O-Pose. Sie ließ sich in ihren Stuhl sinken. Oh, war ihre Antwort. Oh, sagte ich, ist das alles, was du kannst? Sie zuckte mit den Schultern. Wie lange waren meine Fragen? In einem gleichmäßigen Ton sah sie mich an. Ungefähr vier Monate. Ich nehme an, er war nicht der Erste. Sind Sie sicher, dass Sie das durchziehen wollen? erkundigte sie sich. Was? Ich antwortete, die Wahrheit über meine betrügende Frau herausfinden? Beleidigungen? Ist das dein Ernst? Sind sie so jugendlich? Komm schon, schlag dir das aus dem Kopf. Nenn mich ein böses Mädchen. Vielleicht findest du etwas Originelles, um mich zu nennen und mich zu beeindrucken. Aber bevor du anfängst, möchte ich, dass du etwas weißt. Und das wäre? Oder? Der Grund, warum ich es getan habe, erklärte sie. Sie hat es getan, weil sie eine... begann ich zu sagen, hielt mich aber zurück und gab ihr ein Zeichen, fortzufahren. Sie fragte, wir sind schon sehr lange verheiratet, nicht wahr? Und ich nickte stumm. Können Sie mir sagen, wie oft wir im Durchschnitt pro Woche Sex haben? fragte die Frau. Ich erinnerte mich. Als wir älter wurden, hat es nachgelassen, begann ich zu sagen, aber sie unterbrach mich. Hat es? antwortete ich. Ja, anfangs hatten wir jeden Tag Sex, manchmal sogar zwei oder mehr an einem Tag. Aber als wir den jugendlichen Überschwang überwunden hatten, hatten wir im Durchschnitt mindestens jeden zweiten Tag, manchmal auch mehr. Der Sex war und ist immer noch wunderbar und du bist immer noch der beste Liebhaber, den ich je hatte. Aber dann bist du auf deine Geschäftsreisen gegangen. Manchmal für bis zu einem Monat am Stück. Ich war es gewohnt, fast täglich Sex zu haben und dann hast du erwartet, dass ich wochenlang ohne auskomme. Ich habe es mit Heimwerken versucht, habe mir sogar Spielzeug besorgt, aber es war nicht dasselbe. Es hat das Bedürfnis nicht befriedigt. Eines Abends beschloss ich, da du nicht hier warst und ich keinen Sex bekommen konnte, ins Fitnessstudio zu gehen und die Spannung abzubauen. Ich wollte so sehr Sex, dass ich wahrscheinlich die Hälfte der Männer, die dort waren, angezogen habe. Und ja, am Ende bin ich mit einem von ihnen nach Hause gegangen. Ich habe einen Weg gefunden, das Bedürfnis zu erfüllen, das du in mir ausgelöst hast. Oh ja, am nächsten Tag fühlte ich mich schuldig, weil ich Angst hatte, du würdest es herausfinden, beleidigt sein und dich von mir scheiden lassen. Als du von deiner Reise zurückkamst, hatte ich eine Woche lang jeden Tag Sex mit dir, um es wieder gut zu machen. Um etwas wieder gut zu machen, was du nicht einmal bemerkt hast. Aber selbst dann wusste ich, dass es wieder passieren würde, wenn du das nächste Mal weg bist. Und das tat es auch. Ich musste einige Grundregeln aufstellen, bevor ich die neue Normalität akzeptieren konnte, aber ich hätte es nie in deiner Gegenwart getan. Nicht, weil ich Angst hatte, dass du es herausfinden würdest, sondern weil du von Anfang an mein erster und bester Liebhaber warst und ich keinen Grund sah, jemand anderen dabei zu haben. Außerdem habe ich noch nie jemanden zu uns nach Hause eingeladen. Ich würde nie etwas tun, was dich in Verlegenheit bringen würde, wie zum Beispiel mit einem anderen Mann zu schlafen. Aus demselben Grund würde ich auch nie zulassen, dass meine anderen Liebhaber dich respektlos behandeln. Soweit ich weiß, missbrauchen manche Männer die Ehefrauen von Frauen, mit denen sie zum Vergnügen Sex haben. Ich habe es im Keim erstickt, wenn einer von ihnen dich negativ erwähnt hat. Ich wollte sie nicht nur nicht mehr sehen, sondern habe einige von ihnen deswegen sogar aus dem Bett geworfen. Drittens habe ich dafür gesorgt, dass ich mich regelmäßig auf Geschlechtskrankheiten testen lasse, damit ich dich nicht anstecken kann. Und bevor du es sagst, es ging nicht nur darum, nicht erwischt zu werden, ich wollte dich auch nicht in Gefahr bringen. Ich habe auch zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass ich nicht schwanger werden kann. Ich habe ein Intrauterin-Pessar, IUP und ein Verhütungsimplantat verwendet. Als wir bereit waren, eine Familie zu gründen, hörte ich auf, sie zu benutzen. Wenn sie einen Beweis wollen, kann ich ihnen die Ergebnisse der DNA-Tests der Kinder zeigen. Mir war klar, dass sie es herausfinden könnten, und ich habe erwartet, dass sie die Abstammung der Kinder infrage stellen würden. Also, ja. Ich habe das während unserer gemeinsamen Zeit getan. Du hast mich so in deinen Bann gezogen, dass ich ohne dich nicht mehr leben konnte. Für ein paar Tage war es okay, aber dann brauchte ich Entlastung. Es war genau das, Juckreiz und Kratzen. Keine von ihnen löste jemals irgendwelche Gefühle in mir aus. Ich betrachtete sie als Sexspielzeug aus Fleisch und Blut. In all den Jahren, in denen ich geliebt habe und geliebt wurde, bist du die Einzige. Deine Ankündigung, dass dies deine letzte Reise sein würde, erfüllte mich mit Freude. Endlich konnte ich dich ganz für mich allein haben und musste mich nicht mit dem Zweitbesten zufrieden geben, wenn ich dich zu Besuch hatte. Ich würde sie nie brauchen, denn ich würde immer den Größten bei mir zu Hause haben. Die Zeiten, in denen ich mich mit Mittelmäßigkeit zufrieden geben musste, waren für mich vorbei. Dass ich bei meiner vielleicht letzten Begegnung mit einem anderen Mann erwischt wurde, ist eine seltsame Wendung der Ereignisse. Das war also deine letzte Begegnung? Willst du mir sagen, dass du die anderen Nächte nicht ausgegangen bist? Diese Fotos wurden am Montag gemacht und du hast behauptet, du könntest nicht länger als zwei Tage ohne Auskommen? Wäre Mittwoch, Donnerstag und Dienstag in Ordnung? Sie gluckste leicht. Am Dienstag rief er mich an, um mir mitzuteilen, dass er in sein Hotel zurückgekehrt sei. Ich teilte ihm daraufhin mit, dass wir unsere Beziehung beendet hätten und ich mich nicht mehr mit ihm treffen würde. Kurze Zeit später rief er erneut an, um sich zu entschuldigen. Ich verzieh ihm, teilte ihm aber mit, dass wir uns an diesem Abend nicht mehr treffen würden und dass wir uns am Mittwoch wiedersehen würden. Als Akt der Reue versprach er mir, mich zum Abendessen einzuladen. Also, der Anruf, der während unseres Gesprächs am Dienstag kam, war das nicht der von deiner Mutter? Erkundigte ich mich. Endlich brachte sie die Gnade auf, ein schlechtes Gewissen zu heucheln. Das war es nicht, flüsterte sie. Ich habe es gehasst, dich zu betrügen. Nicht genug, um zu sagen, dass wir es nicht tun werden, erwiderte ich. Hör mal, du hast mich bei dem Anruf Jules genannt, sagte sie mit offenem Mund. Das fand ich damals schon seltsam. Woher wusstest du das? Erkundigte sie sich und sprach weiter. Am Dienstagmorgen erhielt ich die Bilder. Auch frühere Gesprächsprotokolle waren beigefügt. Wieder stöhnte sie. Es tut mir so leid, dass du es so erfahren musstest. Es muss schrecklich gewesen sein. Wir dürfen uns nicht verzetteln. Sie haben ihn also am Dienstag nicht gesehen. Wo waren sie die ganze Woche? Ich wollte wissen, ob sie von seinem Tod betroffen war. Also fragte ich nach. Am Mittwoch sollte er mich zum Abendessen treffen, sagte sie. Erinnerst du dich an die Zeit, als du dir den ganzen Tag böse Mädchen im Fernsehen ansehen musstest? Fragte ich mit einem Hauch von Zynismus. Die Serie ist großartig und ich schaue sie regelmäßig. Nur an diesem Abend habe ich sie mir nicht angesehen. Und nein, ich habe mich nicht von ihr inspirieren lassen. Ich habe nicht geschummelt, so lächerlich das auch klingen mag. Bitte seien sie mir nicht böse, wenn ich das sage. Ich habe einfach nur ein körperliches Bedürfnis befriedigt. Ein Abendessen mit einem Freund war das, womit ich es am ehesten vergleichen konnte. Ich bin mit einem Kumpel essen gegangen, weil ich ohne dich einsam war. Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber es stimmt, was ich empfunden habe und immer noch empfinde, wenn ich mit anderen Männern Sex habe. Ich habe auch nicht erwähnt, dass ich mit jemandem rumgemacht habe. Außer mit dir habe ich es noch nie getan. Ich sagte ihr in harschem Ton, Du schindest Zeit. Versuchst du dich davor zu drücken, mir zu sagen, was du am Mittwoch gemacht hast? Er ist zu unserem geplanten Abendessen nicht aufgetaucht, also kann man wohl sagen, ganz und gar nicht, sagte sie. Während der 45 Minuten, die ich im Restaurant saß, war ich ziemlich verärgert. Und noch nie war ich so ausgenutzt worden. Deshalb beschloss ich, in sein Hotel einzuchecken. Sein Auto stand auf dem Hotelparkplatz, sodass ich wusste, dass er da war, auch wenn er nicht an die Tür ging, als ich ankam. Ich überredete den Abteilungsleiter nach dem Rechten zu sehen, und als wir das taten, entdeckten wir ihn leblos, mit dem Gesicht nach unten auf einem Teller mit Steak. Den Notärzten zufolge hatte er Blutdruckmedikamente genommen, aber auch Viagra, was offensichtlich eine schreckliche Idee ist. Er muss einen schweren Herzinfarkt erlitten haben. Wenigstens ist er nicht gestorben, während er mit dir Sex hatte, kommentierte ich. Das wäre ja noch viel peinlicher gewesen. Oh mein Gott, ich hatte ja keine Ahnung. Das hätte ziemliches Aufsehen erregt, rief sie aus. Er wäre von seiner unglücklichen Frau erwischt worden. Ich glaube, sie wusste es schon, kommentierte ich. Ich vermute, sie hat mir die Bilder geschickt. Daraufhin nickte Juliana kurz. Ich sagte, so brauche ich wenigstens nicht zu fragen, ob du ihn wiedersehen wirst. Und sie grinste schelmisch als Antwort. Das war notwendig. Also werde ich mich nicht dafür entschuldigen, sagte sie. Du sollst wissen, wie leid es mir tut, dass du dich verletzt gefühlt hast und dass du es so erfahren hast. Ich hatte gehofft, dass du aufhören würdest, Urlaub zu nehmen, damit ich mich nicht mehr damit befassen muss. Aber mir war klar, dass es so lange weitergehen würde, wie du es tust. Ich konnte nur versuchen, die Folgen so gering wie möglich zu halten und mich an die Hoffnung klammern, dass unsere Liebe stark genug sein würde, damit du den Ernst der Lage begreifen würdest, wenn sie jemals ans Licht käme. Meine Frage war, warum bist du nicht einfach zu mir gekommen und hast mit mir gesprochen? Ich meinte, dass wir die Dinge hätten klären können. Ich hätte etwas anders machen können. Ich hätte dich sogar auf meine Reisen mitnehmen können. Ich wusste, es war lächerlich. Aber ich wollte es wissen. Ich hätte sie niemals mitnehmen können. Aber ich musste es wissen. Diese Frau zu sein, war nichts, was ich wollte. Die nörgelnde Stimme, die sagte, dass du einen Lebensstil bieten musst, war mit deinen Methoden unzufrieden. Du warst sehr engagiert in deiner Arbeit und unser gemeinsames Leben war wunderbar. Ich stolperte sozusagen in die Sache hinein. Und dann war es zu spät, um umzukehren. Ich hatte nicht die Absicht, es zu tun. Eine gefühlte Ewigkeit lang starrte ich sie einfach nur an. Also, fragte sie, was müssen wir jetzt tun? Sobald ich aufgestanden war, ging ich in die Küche der Villa, entkorkte eine Flasche Wein und schenkte jedem von uns ein Glas ein. Mit der Flasche kehrte ich an den Tisch zurück. Ich trank die Hälfte des Weins in einem Schluck, als ich mich erschöpft auf meinen Stuhl fallen ließ und Juliana ein Glas reichte. Ich erwiderte, ich bin mir nicht sicher. Es gibt einfach eine Menge zu bedenken. Ich hatte fälschlicherweise geglaubt, dass du mich nach all der Zeit, die wir zusammen verbracht hatten, genauso sehr liebtest wie ich dich. Sicher, wir hatten viel Sex und hatten ein fantastisches Sexleben. Ich habe dich mit Schmerzen verlassen, aber du warst nicht der Einzige. Auch ich habe wochenlang, wenn nicht sogar monatelang, keinen Sex gehabt. Sicherlich hätte ich in meiner Abwesenheit mit anderen Frauen essen gehen können, aber ich habe diese Chancen vertan. Unsere Eide wurden von mir eingehalten. Ich hatte absolut keine Spielzeuge. Ich habe mit meiner Hand signalisiert, dass ich mich auf das Bewährte verlassen muss. Alles, was wir zusammen hatten. Unsere Versprechen, unsere Schwüre. Ich weiß nicht, wie du dich von deinen Bedürfnissen so überwältigen lassen konntest, dass du uns verraten würdest, wofür. Aus keinem anderen Grund, als um eine sexuelle Begegnung zu haben. Werden sie die Sexsucht geltend machen? Ist es notwendig, dass sie einen Therapeuten aufsuchen? Ich hielt meine Hand hoch, während sie den Mund öffnete, um zu sprechen. Bitte. Ich lasse sie reden. Tun sie mir wenigstens den Gefallen, mir eine Weile zuzuhören. Während ich mein eigenes Glas auffüllte, beugte ich mich vor, um ihr Wein einzuschenken. In meinem Kopf kreisen die Fragen. Ich verstehe nicht, wie man Liebe und Sex voneinander trennen kann. Nach allem, was ich gelesen habe, wollen Frauen Liebe, um befriedigenden Sex zu haben, und die Männer sind diejenigen, die das tatsächlich tun. Du warst bereit, alles für lausigen Sex zu opfern, wenn das der Fall ist, und du ehrlich bist, was den Mangel an Liebe angeht. Sag mir, wie du darüber denkst. Du hast erwähnt, dass du nicht mehr als ein paar Tage ohne Sex aushalten konntest. Und was passiert, wenn ich älter werde? Es ist allgemein bekannt, dass der Sexualtrieb bei Männern mit dem Alter nachlässt und bei manchen Frauen zunimmt. Ist das, was ich erwarten sollte? Werde ich nach Hause kommen und feststellen, dass ich es nur noch zweimal in der Woche schaffe, was für sie nicht genug ist? Ich weiß nicht, wie ich mich selbst respektieren soll, wenn ich morgens in den Spiegel schaue und weiß, dass du während unserer Ehe sexuelle Beziehungen mit anderen Männern hattest. Hunderte, wenn nicht Tausende, sind im Laufe der Jahre vergangen. Was die Tatsache angeht, dass du angeblich häufig getestet wurdest, sehe ich darin keinen Sinn. Bevor die Ergebnisse deiner Tests vorlagen, hättest du dich anstecken und eine Infektion übertragen können. Sie hätten mich mit HIV oder etwas anderem anstecken können. Dieses Problem bleibt monatelang unentdeckt. Du hättest uns das Leben nehmen können. Wer weiß, wo unsere Kinder jetzt sein würden. Während sie sich untätig den linken Arm rieb, zitterten ihre Wangen. Ich grinste sie sanft an. Ich glaube, dass Peter am Ende doch Gefühle für dich empfunden hat, obwohl er ein totaler Idiot war, bemerkte ich. Wenn du anrufst, um ihm mitzuteilen, dass du verfügbar bist, würde er allen seinen Geliebten absagen, sagte er mir. Was? Was? Fragte sie, als du dieses Gespräch mit Peter hattest. Oh, ich erinnere mich, dass wir in der Nacht, in der er starb, ein kurzes Gespräch hatten. Es war mir unangenehm zu sehen, wie du mit diesem Idioten Sex hattest. Und ich habe Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Ich konnte die Rötung ihrer Wangen und das wachsende Unbehagen in ihrer Brust sehen. Sag mir, was du getan hast. Fragend erhob sie das Wort. Ich habe den betrügerischen Idioten getötet. Das ist das Gleiche, was ich mit dir gemacht habe, zischte ich. Wenn du in der Hölle angekommen bist, empfange bitte meinen Gruß.